Nach 15 Jahren ging mit der 500. Folge Naruto Shippuden vor einigen Monaten eine Ära zu Ende. Im Vordergrund der Sequel-Story steht sein Sohn Boruto, der im ersten Manga, auf dem das Sequel Boruto stolz verkündet, dass dies seine ganz eigene Geschichte sei. Trotzdem spielt Naruto in der eigentlichen Geschichte wohl eine große Rolle und ist auch einige Male zu sehen. Die erste Folge der neuen Serie wird in einer düsteren Zukunft durch einen Kampf zwischen Boruto und Kawaki eingeleitet. Dieser erklärt inmitten der Trümmer von Kunua Gakure die Ära der Shinobi für beendet. Mit Sasuke Sturmband um den Kopf gebunden, betont Boruto noch immer ein Shinobi zu sein. Zum Höhepunkt des Kampfes verspricht Kawaki ihn dorthin zu schicken, wo er auch schon den siebten Hokage hinbrachte. Bei diesem handelt es sich natürlich um Naruto. Wo auch immer er sich befindet, sei es ein anderes Universum oder tief unter der Erde, es klingt jedenfalls nicht gut. Die restliche Folge spielt wieder in der Vergangenheit, in der Naruto noch lebt. Fans, die bereits den Manga oder den Film rund um Boruto gelesen oder gesehen haben, waren darauf vorbereitet, dass es drastische Änderungen innerhalb der Welt des Franchises geben wird. Während Reddit-User zur Besinnung rufen und nicht glauben, dass Naruto wirklich tot ist, wird bei Facebook und Twitter schon wild spekuliert, was dem Helden zugestoßen sein könnte. Nun ja, ich bin großer Fan der Serie seit meiner Kindheit und ich kann euch versichern, dass der Anime Boruto, genau wie sein Vorgänger Naruto, einer der besten Animes überhaupt ist. Was haltet ihr von Boruto? Schreibt es doch in die Kommentare. Ansonsten war's das für heute, bis zum nächsten Mal, ciao!